Hola que tal, me llamo Zeru Y eso es mi carácter de Jump Force ARRIVA So Freunde, weiter geht es im Jump Force Sorinio Wir gucken uns das Ganze an, wir machen sofort gekonnt weiter ohne Wenn und Aber Gehen zu den Missionstresen, wir wollen kämpfen In den letzten Parts habe ich mich sehr getickt Weil, ja, meine Krankheiten sind underleveled By the way, da wurde ich auf jeden Fall jetzt schlauer, dank euch Ja, Logo, die Charaktere leveln, also, die leveln gemeinsam alle mit Was heißt jetzt, auch wenn ich lange Zeit nicht mit Jotalo gespielt habe Die Charaktere nicht mit, die leveln trotzdem gemeinsam, sag ich mal So habe ich das jetzt verstanden Dennoch, ja, kann man es auch übertreiben So, das ist was ich meine, die hätten, ab und zu denkst, ich weiß nicht, ab und zu Das waren nicht die letzten Parts, also, die CPUs, die haben übel genervt, du möchtest sein Ich meine, ja, ein Spiel sollte schwierig sein, so leicht sollte es nicht sein, verstehe ich Aber ich habe keinen Bock, da etwas zusätzliches zu machen Zu schade, dass unser Chef vom Feind so bloßgeschaltet wurde, du meinst, Sanji, ist das nicht eigentlich ein Problem von Team Beta? Was die Mahlzeit angeht, hast du natürlich recht Das Problem ist, wir können den Zutaten, die er gesammelt hat, nicht mehr vertrauen Oh, meiw Verstanden Es besteht die Chance, dass alle Zutaten vergiftet sind Was war eine Verschwendung, aber wir müssen sie wohl entsorgen Schön, dass du verstanden hast Allerdings sind sich die anderen dieses Problems nicht bewusst Es liegt also an uns, um uns daran zu kümmern Und zwar schnell Also müssen wir schnell irgendwas zu futtern Rankarren Rankarren Alles klar B Ganz genau Ja Warum nochmal hast du nur mich und Kenjiro gewählt? Wäre es denn so schlimm, ab und zu mit einem heißen Babe zusammenzuarbeiten? Marboy, er kennt mich Er, Sanji und ich, das sind die drei Gentleman von Jump Force Ich habe euch gewählt, weil ihr mit allem fertig werdet Ich habe mir gedacht, ich habe mir jetzt einfach mit ihr steht jede Sekunde Hey, Ryu, Sanji und ich, das sind die drei Drei, äh, drei Gentleman aus Jump Force, ganz ehrlich So geil, einfach nur Und ich finde Ryu einfach cool vom Cut, ja Aber gut Eine weitere Krise hieß diese Mission Jetzt bin ich mal drauf gespannt Ich bin vor allem drauf gespannt Ich denke, wir Ich weiß nicht, ob wir uns langsam, aber sicher gehen Ende zu bewegen Oh Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat Danke fürs Warten Und, wie ist es gelaufen? By the way, guckt euch mal die Statue an, oben rechts Über Kilwa's Kopf Äh, Kilwa, sag ich Kurapikas Kopf Deadass Ich konnte jetzt so ein paar bergen, aber nicht so viele, wie er hofft Ich nehme an, dass der Vorrat nach drei Tagen aufgebraucht ist Ich weiß nicht, ob die Venoms das geplant haben oder nicht Aber es war ein ganz schöner Schlag, dass unsere Nachschublinie abgeschnitten wurde Und, wie lief es bei dir? So ähnlich, überall gab es nur ein Riesendurcheinander Wenn dieser Kampf noch weiter anhält, müssen wir uns eine Langzeitstrategie überlegen Oh mein Hm BD, was geht ab, dort drüben Einfach so, die rennen, einfach so rennen die Als ob die uns hier gesehen haben Natürlich nicht Ich hoffe doch, dass die beiden bereit sind Oh, wie hübsch Let's go Jetzt gibt's Action Eine weitere Krise Ja, wobei, ich weiß, ob ich das nur vom Gefühl habe Oder Eigentlich Also langsam tut sich mal was, sag ich mal Oft ist es ja so, dass einfach einer von Kubus überfallen wird Wir befreien den Und GG Dann tickt mal Kane aus, mal Galena Sanji eskalt wieder Ich eskaliere Alle eskalieren Ja, der auch jetzt Der ist der beste Der, das ist der beste Einfach Der ist so brutal Einfach Äw Hä? Ich verstehe das immer noch nicht Was ist das? Das ist so cool Komm, aktivist wieder, komm. Oh. Das ist so cool. Oh nein. Guck mal, wie schade ist. Ich würde, ich wäre, ich war kurz vorm Austicken. Wie schön und ruhig habe ich gekämpft. Sie hat ein Damage gemacht, eine Kombo und nicht irgendwas gemacht. Auf einmal habe ich die Hälfte meines Lebens verloren. Das stimmt, das kann nicht sein. Sie hat mir nur einen Schlag verpasst. Wie kann das sein? Das, ey, ganz ehrlich. Irgendwas, das stimmt was nicht. Aber ja, keine Ahnung. Egal, so viel dazu. Oh Mann, wie lange soll diese Kriege denn noch andauern? Oh Mann, bis wir gewonnen haben, natürlich. Komm schon, es geht weiter. Na, tatsächlich. Tatsächlich, was soll man noch sagen? Natürlich geht es weiter. Es geht immer weiter und weiter. So, bis wir irgendwann vor Shidens Cousin mal wieder stehen. Oh Mann, ihr zwei wart eine große Hilfe, ihr wart echt die Rettung. Allerdings, morgen früh müssen wir wieder raus, um Essen zu sammeln. Genau, bis die Sanji Sache geklärt ist, sind wir fürs Essen zuständig. Ah, aber denkt dran, dass keiner erfahren darf. Hm, was jetzt? War das die weitere Krise? Ja, genau das. Warte ich. Lol, es hat legit die weitere Krise. Naja. Eee, didi, didi, didi. Ja, mal, let's go. Upsa. Die Lobbymucke ist geil. Was geht jetzt? Oh, Sasuke! Was geht ab? Juck dich nicht. Spaß, ja. Hahaha. Laufste Stimme, keiner weiß. Hör dich, Naruto. Hör dich! Ja, danke für den Info. Hättest du mir auch eine SMS schreiben können, das hättest du auch getan. Alright, er liest, um now! Suche nach Sanji in Mexico City. Sag doch, me llamo Oslo, que tal? Ich bin vorbereitet auf unsere Reise nach Mexico City. Äh, si! Si, eso es. Me gusta. Me gusta. So! Oh, lol! Was? Alte Sanji, my boy? Von Gentleman zu Gentleman, was soll das? Hm? Ich will nur mich verletzen. Hahaha! Sanji, von Gentleman zu Gentleman, was war das gerade? Wieso haust du ab, wenn ich aufzauke? Oh, es ist merkwürdig und verdächtig. Eigentlich trau ich Sanji. Der würde sowas eigentlich nicht tun. Aber es war schon merkwürdig. Hm. Und? Zoros? R2-Dreieck war's, oder? Habt ihr mir auch gesagt in den Kommentaren, danke dafür. Ähm. Ah, ich suche die ganze Zeit die, aber die habe ich ja noch nicht. Das ist ne, einfach mal Kakashi. Das geht. Zoros, R2-Dreieck. Die ignoriert. Ignoriert den Schutz. Geil. Junge, Zorro-Maine. Wirklich. Die, die, die Gegner, die tun sich eh nur die ganze Zeit schützen. Einfach Zorro nehmen die ganze R2-Dreieck. Das ist der, das ist der Plan. Und wenn ich den Skill auf, äh, meinen Charakter noch hinzufügen kann. Ich hoffe, ich habe es noch nicht freigeschaltet. Oder ich habe es noch nicht gesehen. Weiß nicht. Dann mach ich das sofort. Boah. Warum machst du die Charme? Was? Da stimmt was nicht. Das, Zorro-Maine. Fertig, Zorro-Maine. Kanzig. Fertig, Zorro-Maine. Der ist jetzt auch nicht geschützt, glaube ich, aber trotzdem. Zorro-Maine. Also, mehr Main geht gar nicht. Kanzig. Da mach ich es mir einfach einfach und mach einfach die ganze Erdzeitreieck. Easy. I- Sey. Zoro. Aber es soll euch alles. Ich muss bestimmt wieder gegen Blackbeard kämpfen, weil der hat zu viel Schaden bekommen jetzt am Anfang. Vielleicht kommt noch jemand dazu. Jemand wird vielleicht kontrolliert von dem Kubus, man kennt's. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Aber ich bin so sehr viel. Ich bin so gut. Und die ganze Zeit ist hier. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ganz großes Kino. Ja, und wo war Sanji? Ist der auch gegangen oder was? Hey, da endlich fragt mal jemand nach. Ich wusste, du bist übel süß, mein Osaru-Ape. Mein Osaru-Roboter. Wie cool der ist. Okay. Alles klar. Der ist so cool. Der ist so cool. Richtig cooler Partner. Der ist so. Ey, der erinnert mich auch an ein Pokémon. Einfach, was sich begleitet. Richtig cool. Ich habe die Frage mal damals zum Pokémon Let's Base gestellt. Ich schätze einfach mal total random auch. Ganz random an dem Tag, um mich zu aufnehmen. Ist Pokémon Day. Ich fahr auf die Direct-Bring. Ich bin gespannt, was da ankündigt wird. Im Endeffekt wisst ihr es schon, wenn ihr das Ganze anseht. Wenn ihr euch ein Pokémon aussuchen dürftet, was euch begleitet. So wie Pikachus Ash. Welches wäre es? Bei mir wäre es Tobias. Einfach nur richtig cool. Mit Stones Augen. Könnt ihr mich gerne wissen lassen. Random Frage. Okay, wir machen einfach mal weiter und zwar gibt es die Sache. Oh, Paris? Ehhhh, bonjour mes amis! Sa ,maisıyor? arlozeri Mein Name ist Aseri und ich habe zuerst gespielt und ich denke, dass ich sehr gut gespielt habe. Die Tatsache ist fertig. Also, wenn ich sowas sage, Freunde, dann mache ich es bei einem Respekt nicht böse, ja, mit schlecht gemacht. Ich, also, man könnte es vielleicht schon besser machen, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, sag ich mal. Alles in Ordnung. Ich mache nur ein bisschen Spaß darüber durch, ja. Naja. Also, die letzten Male mussten wir immer jemanden von Kubus befreien, jetzt müssen wir Sanchi folgen, was. Mada, mada, itai! Brrr! Jetzt! Beste Ability! Herr Borcher, eigentlich zwei Balken? Ich denke, ja, 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 okay. Beste Ability! Ich schadet schon wieder. Komm ran! Was war das? Hat nicht geklappt? Ich bin vorhin. Es war Romain. Sieger es geht schon wieder da hinten. Oh! Hä? Keiner checkt die legit. Ich habe nur drauf eingeschaltet, dass wenn ich Hey Siri sage, sie aktiviert. Dass sie sich aktiviert, aber dann kommt einfach gar nichts. Beruhig dich, ey! Ich schneide mich auf! Tease Siri. Okay. Kann ich das sein, mein Boy, wir wissen das nicht. Ich nenne dich einfach mal außer der Junior, okay? Mein Boy. Mengen im Jay steht für Jump Force, aber egal. Hä? 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 außer der Junior, mein Boy. Alright. Hey, at least, schau wieder! Echt was? Okay, um... Oh, zum Direktor. Let's go! Das will ich sehr. Ich muss leben! Oh, miau! Hey! Brr! Direktor Glover. Oh Mann, man muss immer so... Nichtartig benehmen da ne Marsch. Irgendwas gibt's zu sagen, Direktor. Jetzt, jetzt. Der ist alles da! Aber? Oh! Ich bin dabei! Kein Ding! Gegen Freezy, hä? Was hat der wieder vor? Mal gespannt. Freezy Pop! Wollte grad sagen, mit den Lantern war's eigentlich echt angenehm. Aber jetzt letztlich ein bisschen Zeit wieder. So jetzt. Und, wo sind die? Oh! 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 Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Wir haben auch die drei Spieler. Ja komm, ruf. Ruf jemanden. Wenn jetzt Sanji ruft, dann heulich. Ah lol. Freeza-Kopien. Dead over direkt. N-nani? Hier und hier sind die Freeza-Kopien. Replica? O-c-s-s. Welche B-n-n-n-G-k-ien-n-n-n-n-n-n-n-n. Wir leben in Marien mit den Vendomz-Kain. Jetzt wurde die Freuzähne. Das ist er Freuzähne. Er ist wichtig. Wasでしょう? Das ist das Chine. Es ist ganz sicher, dass man die Verkäufe davon hat. Das ist der Vendomz-Kain. Das ist das Chine. Von einem Potenzial des Oberöre-Kipfel. Ihr habt euch ein Zahlen und die Ischüssigkeit, Gebt weite Informationen preis. Ich finde es so cool, dass Piccolo Son zu Goku sagt im japanischen. Ich finde es so cool, das zeigt einfach, dass sie lange Zeit Buddies sind, dass sie viel durchgemacht haben zusammen. Ich finde es richtig geil, auch als er im Kino war. Brody hat auch zu ihm Son gesagt, Son, was ist los? Es war richtig geil, Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. Hört sich viel geiler an als einfach Goku. Son, richtig geil, richtig geil, ohne Spaß. Jedenfalls, ähm, ja, genau. Oh ne, ich hab keinen Zorro. Was? Der hat mich gepackt? Dein Ernst? Drei Armegriffe. Drei Mal seine dumme Fingerpistole, ich werde daumen. Drei Mal. Man kennt's, oder? Man kennt's, oder? Was sagt ihr? Drei Mal. Legit dreimal hat er das gemacht und schon fängt es wieder an. Immer am Ende eines Parts eskaliert mit den Kämpfen. Äh, beruhigen Sie sich bitte. Ja, ich versuche mich mal zu beruhigen. Ich versuch's mal. Let's go, let's go. Alles gut. Komm ran, Freezer, komm. Ich schütz mich aber okay. Das Spiel hat einfach keinen Bock. Ich response. Ich versuch's. Ich versuch's nicht. Ich schütze mich. Ich schütze mich. Ich versuch's nicht. Ich versuch's nicht. Ich versuch's mal. Was ist das? Wo bin ich? Wo ist der? LOL Sehr schön Das war cool Ganz cool bleiben bei sowas Sehr schön Gut, geht doch Gott sei Dank, ey Gott sei Dank Okay Jetzt ist das Frieza zu sagen Oder geht es gleich weiter Frieza Ich hoffe, es kommt kein weiterer Kampf Wegen Nicht, dass es all zu lang wird Wir schauen einfach mal Falls doch Ja, schauen wir einfach mal Machen wir alles spontan jetzt Tatsächlich Loll, es liegt Was ist das? Ja, okay Freunde, lasst mich Am besten Mal einen Schlussstrich setzen Nicht, dass es all zu lang wird Und im nächsten Part Machen wir von hier aus Weiter mit dem Rematch Ich hoffe, das passt so Wir sehen uns dann das nächste Mal Macht's gut, Freunde Peace Bis jetzt 에 Untertitelung. BR 2018